Wicked Vision Vergangenes Jahr konnte sich das Team von Wicked Vision einen eigenen Herzenswunsch erfüllen. Hand anlegen bei einem persönlichen Lieblingsfilm. Monster Squad aka Monster Busters heißt dieser und wurde im Jahr 2019 von Wicked Vision in mehreren Mediabooks veröffentlicht. Und dass es sich dabei um eine Herzensangelegenheit gehandelt hat, das merkt man an allen Ecken und Enden. Nicht nur, dass die Edition vollgepackt ist mit großartigem Bonusmaterial, jeder einzelne Punkt der Ausstattung, jedes Element zeigt einfach die Handschrift von Liebe zum Detail. Bis hin zu einer großartigen Einblendung, bevor man noch überhaupt ins Menü kommt. Großartig. Diese Veröffentlichungen von Monster Busters waren nicht nur einer der Gründe, wieso ich Wicked Vision zum Label des Jahres 2019 gekürt habe. War natürlich auch ein Grund, warum die Monster Busters Mediabooks auf der Liste der schönsten Mediabooks des Jahres recht weit oben gelandet sind. Aber natürlich auch, warum es sich dabei mit um die besten Veröffentlichungen des Jahres 2019 period gehandelt hat. Aber die Mediabooks waren nicht die einzigen Auflagen, die Wicked Vision dem Film im vergangenen Jahr spendiert hat. Am 27. Juli 2019, am selben Tag wie die Mediabooks, kam der Film nämlich auch noch in zwei limitierten VHS-Editionen auf den Markt. Letztes Jahr hatte ich allerdings nicht die Möglichkeit, euch diese näher vorzustellen. Das kann ich aber jetzt im Jahr 2020 nachholen. Die beiden Cover-Artworks belaufen sich auf das Cover A. Dabei handelt es sich grundsätzlich um das alte deutsche VHS-Motiv des Films, das für die Mediabooks ebenfalls als Cover A verwendet wurde und hier in der VHS-Edition limitiert ist auf nur 555 Stück. Genauso gibt es noch das Cover B. Dabei handelt es sich um das alte amerikanische VHS-Cover des Films. Das wurde ebenfalls im Mediabook veröffentlicht und war dort das Cover C. Nachdem ich euch alle Mediabooks bereits vorgestellt habe, erspare ich es mir in diesem Review meine Meinung über den Film noch einmal weich zu kauen bzw. euch genaue Informationen rund um das Bonusmaterial, die Bildqualität und generell die Ausstattung der Veröffentlichung zu geben. Wer von dem Film noch nichts gehört hat und wer sich generell über die Blu-Ray und deren Inhalt und Qualität interessiert, der klickt sich bitte an der Stelle kurz rein in mein Review der Mediabooks. In diesem, nennen wir es mal Upgrade Review, geht es um was ganz anderes. Geht es einfach nur um die großartige VHS-Edition. Und da freue ich mich ganz besonders darauf, euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-Ray-Check die limitierte Retro-VHS-Edition von Monster Busters mit dem Cover A näher vorzustellen. Und auch in diesem Fall möchte ich die VHS-Edition nicht ganz so einsam und allein vor der Kamera liegen lassen, sondern das Mediabook ebenfalls noch einmal dazuholen, damit wir die beiden Editionen miteinander vergleichen. Und wir sehen da natürlich gleich die paar Unterschiede, die einfach formatbedingt notwendig waren. So ist das Mediabook zwar ein kleines bisschen breiter, die VHS-Edition dafür allerdings wesentlich höher, so dass das Monster Busters Logo nicht über den Rahmen um das Cover Motiv gehen muss. Hier, so wie das Ganze auf der VHS-Edition aussieht, exakt so hat es auch auf der alten deutschen VHS ausgesehen. Und ich finde es absolut interessant, je genauer man hinschaut, desto mehr Details fallen einem eigentlich auf. Beispielsweise hat man beim Mediabook die Cast & Crew Angaben rechtsbündig auf das Mediabook gedruckt, damit vielleicht das Ganze nicht so deutlich in dieses Motiv reinsteht. Für die VHS-Edition hat man allerdings komplett richtig das Ganze linksbündig gemacht, damit es genauso linksbündig ist, wie es damals auf der VHS-Edition ist. Formatbedingt ist das Ganze hier aber trotzdem ein klein wenig anders platziert, was meiner Meinung nach aber definitiv nicht stört. Das Cover-Artwork ist natürlich immer noch großartig. Andere Unterschiede, die mir recht deutlich auffallen, ist beispielsweise, dass der Spruch, rufen Sie nicht die Polizei, sie ist machtlos, rufen Sie die Monster Busters, deutlich kleiner geschrieben ist, wie auf dem Mediabook, aber auch hier, ist die Version, wie sie auf der VHS-Edition zu sehen ist, genau dieselbe Version, die auch auf der alten VHS-Kassette von VPS abgedruckt war. Aber wechseln wir jetzt einmal über den Spine, der meiner Meinung nach absolut perfekt wieder gemacht wurde. Und was ich dermaßen bemerkenswert eben an diesen VHS-Editionen von Wicked Vision finde, ist, dass sie nicht nur nebeneinander perfekt im Regal aussehen, so wie ich sie euch beim letzten Review zu Die Brut schon gezeigt habe, sondern dass sich eben diese VHS-Nachbauten auch absolut großartig in ein Regal mit actual VHS-Tapes machen. Und gerade eben dafür für Nostalgiker und für Fans dieses Formats und vor allem dieser Verpackungsformate absolut perfekt passend sind. Wechseln wir jetzt einmal auf das Backcover. Da sehen wir gleich einmal, dass im Gegensatz zu Die Brut hier ein Zettel auf dem Backcover aufgeklebt ist. Schauen wir uns zuerst einmal vielleicht dessen Inhalt an. Wir bekommen da nämlich das klassische Backcover, genauso wie wir es auch auf dem Mediabook hatten, mit genau demselben Text, die Inhaltsangabe, einzelne Bilder aus dem Film, Cast & Crew Details, Informationen rund um das Bonusmaterial und sonstige technische Sachen. Außerdem finde ich da gleich einen Hinweis, mir ist gerade aufgefallen, ich habe mich am Anfang von diesem Video leider versprochen limitiert, sind diese Editionen offensichtlich nicht auf 555 Stück, sondern auf 500 Stück. Sorry dafür. Wenn wir diesen Zettel jetzt entfernt haben, der mit zwei Klebepunkten am Backcover angeklebt ist und sich ganz einfach entfernen ließ, dann bekommen wir Zugang zum eigentlichen Backcover und das ist, obviously, eine fast 1 zu 1 Kopie vom alten VHS-Cover. Wir bekommen dieselben Bilder von Frankenstein und der Mumie und auch die beiden Bilder, die hier abgedruckt sind, waren auf der VHS-Kassette ebenfalls formatbedingt. War dort dann allerdings noch eine Zeile mit weiteren Bildern und natürlich der Monster-Busters-Schriftzug ein bisschen anders platziert. Dafür gibt es auch hier eine textlich andere Inhaltsangabe, nämlich ebenfalls die, die auch auf dem Backcover-Blatt zu lesen war. Dafür hat man dann unten wieder, ab der Film mit den unglaublichen Special Effects, eine sehr, sehr genaue Kopie der VHS-Version von VPS gemacht, sogar mit diesen beiden Strichen, wo bei VPS dann eben drinnen stand Farbfilmen, 79 Minuten, Bestellnummer und FSK-Freigabe. Auch das hat dann eigentlich recht gut angepasst und angeglichen. Da merkt man einfach wieder einmal, wie viel Herzblut bei Wicked Vision hinter ihren Veröffentlichungen steht. Offensichtlich ganz besonders, wenn es dabei dann auch noch um Monster-Busters geht. Entfernen wir jetzt einmal die VHS-Kassette und entdecken das nächste, was ich an der Stelle absolut großartig finde. Wir haben nämlich diesmal nicht einfach nur die gleich aussehende VHS-Kassette, wie vorher schon bei Die Brut. Wir bekommen zwar ebenfalls die zwei Spulen mit dem VHS-Band mit einem Partial Gloss versehen, aber der Sticker mit dem Hinweis auf die Strafe bei nicht zurückgespultem Film ist ein anderer. Er ist außerdem auf der anderen Spule platziert, natürlich trotzdem vom Partial Gloss ausgenommen. Außerdem klebt diesmal das Front-Cover-Motiv auf der VHS-Kassette. Sehr schön finde ich auch, wie sich das da mehr oder weniger schon abgelöst hat. Und auch der Sticker auf der Vorderseite der Videokassette ist ein anderer. Die Hinweise auf die Beschädigungen auf der VHS-Kassette sind an anderen Stellen angebracht, sodass diese Edition meiner Meinung nach wirklich sehr sehr schön sich einerseits von der anderen unterscheidet, aber andererseits eben diesen Stil auch absolut hervorragend durchzieht. Wir bekommen dann im Inneren von dieser Edition einerseits wieder ein paar Karten, wo wir verschiedene Charaktere aus dem Film sehen. Ich zeige euch hier jetzt einmal zuerst die Character Cards, die meiner Meinung nach ziemlich cool gemacht wurden. Und dann auf den Rückseiten gibt es dann auch noch einige Fun Facts. Rund um den Film kleine, wissenswerte Bits of Trivia, die meiner Meinung nach wirklich cool sind. Und vor allem eben wieder einmal so ein kleines Detail sind, da es einfach davon zeugt, mit wie viel Liebe zum Detail man hier vorgegangen ist. Die DVD und die Blu-Ray, die auf der rechten Seite in dieser VHS-Edition zu finden sind, sind natürlich dieselben Disks, die man bereits aus dem Mediabook kennt, wobei es sich hier nur um eine Zwei-Disk-Edition handelt und nicht mehr um eine Drei-Disk-Edition, weswegen tatsächlich einiges an Bonus-Material von der alten Mediabook-Version hier ganz offensichtlich fehlt. Was aber nichts macht, wie vorher eben schon gesagt, der Inhalt, der auf diesen Disks enthalten ist, der ist dann natürlich der gleiche. Wir können an der Stelle dann wieder einmal auf die linke Seite schauen, da gibt es auch ein relativ cooles Monster-Squad-Bild mit einem Poster in dieser Stecktasche, wo wir noch einmal das klassische VHS-Cover natürlich sehen. Einerseits eben das deutsche Cover, das wir hier auch umgesetzt bekommen haben für die Retro-Edition. Hier übrigens exakt so, wie es auf der alten deutschen VHS-Kassette war, auch mit den leicht anderen Credits und dann auf der Rückseite das alternative Poster mit dem Motiv, das man eben von der amerikanischen VHS-Kassette kennt, dass das Cover B von der Retro-VHS-Edition ist. Das Ganze kann man hier wieder recht einfach in diese Edition packen. Sieht meiner Meinung nach großartig aus mit den Karten, verschließt sich dank dieses Magnetverschlusses absolut toll und passt damit perfekt wieder in die Box. Macht, finde ich, eine Menge. Was her? Optisch ist die Limited-VHS-Edition von Monster Busters meiner Meinung nach eine absolute Granate. Ein echter Hingucker, die perfekte Version für alle Retroisten, für alle Nostalgie-Sammler, für alle VHS-Fans. Inhaltlich unterscheiden sich die DVD und die Blu-Ray des Films, wie bereits erwähnt, nicht von den Discs aus dem Mediabooks und halten demnach auch Massen an Bonus-Material. Das Einzige, das allerdings bei der VHS-Edition weggefallen ist, sind die Audio-Interviews mit Ashley Bank, mit Tom Noonan, mit Carl Thibault und mit Michael Reed McKay, sowie das Interview mit Andrew Gower und Henry Darrow McComas, die insgesamt, sagen wir mal, um die zweieinhalb bis drei Stunden dauern, die ausschließlich auf einer Bonus-DVD im Mediabook enthalten waren. Das muss man dann natürlich mit sich selbst vereinbaren, ob man da lieber mehr Bonus-Material oder lieber die VHS-Edition hat oder vielleicht doch lieber beides im Regal. Weil wir sind doch alle ein bisschen bluner. Meiner Meinung nach eine absolut coole Veröffentlichung, vor allem für diejenigen, die entweder kein Mediabook bekommen haben oder lieber etwas anderes haben, lieber ein bisschen mehr Abwechslung in der Sammlung haben, optisch. Und in Sachen Verarbeitung ist diese Retro-VHS-Edition aber meiner Meinung nach absolut genial gelungen. Und in Sachen Verarbeitung ist diese Retro-VHS-Edition.